Als ich angefangen habe, bei den Grünen mitzumachen, hat mich extrem beeindruckt, dass man als Frischling willkommen ist und sich sofort mit seiner Meinung einbringen darf. Es war toll zu merken, dass bei uns nicht nur die Politprofis das Sagen haben, sondern wirklich noch Basisdemokratie gelebt wird. Und bei allem Ernst- und Programmdebatten habe ich noch tolle Menschen kennengelernt und Freunde gefunden. Und wenn du mithelfen möchtest, Koblenz noch ein Stück lebenswerter zu machen, komm zu uns, bring dich ein. Zusammen können wir viel erreichen.